Wolverine kommt als NFT auf die Vibi App. Wir schauen uns Details und den gesamten Drop an. Außerdem gibt es eine neue Kategorie von Comics auf der Vibi Comic App und wir schauen uns außerdem nochmal den Omikus an, sowie auch viele weitere Dinge zu Vibi und auch Omi. Deswegen bleibe auf jeden Fall dran und jetzt viel Spaß mit dem gesamten Video. Und starten würde ich mit der Sache, die, glaube ich, die meisten Leute extrem feiern, und zwar nämlich dem kommenden Wolverine NFT Drop. Und dieser wird jetzt am 14. April, das heißt am Sonntag, um 17.00 Uhr deutscher Zeit, stattfinden. Wir werden hier insgesamt ein Collectible bekommen und es ist tatsächlich der erste von fünf Drops, wie man hier auch nochmal lesen kann. Das ist the first of five Wolverine Collectible Drops. Und er wird dementsprechend ähnlich auch wie der Hulk NFT Drop ablaufen. Das heißt, wir werden unterschiedlichste Varianten von Wolverine sehen und eventuell sogar auch wie beim Hulk Drop am Ende noch ein Crafting Event sehen. Dementsprechend ist es natürlich gar nicht schlecht, jetzt hier auch die First Appearance von Wolverine mitzunehmen. Und wir schauen uns mal das gesamte Collectible hier einmal an. Wir werden das Ganze animiert plus Sound bekommen und das Ganze wird hier eine Rare sein am Anfang. Außerdem wird der Listenpreis 50 Gems sein und die Editionzahl wird bei 3.181 Stück liegen. Außerdem natürlich hier eine First Appearance. Und was hier eine Besonderheit auch ist, wir werden hier einen MCP Priority Bid von mindestens 10.000 Punkten haben. Das heißt, ihr müsst mindestens 10.000 MCP Punkte bieten, um in dem Pool von Leuten, die sozusagen MCP Punkte setzen, hier dann auch ein Collectible zu bekommen. Und was tatsächlich auch hier relativ interessant ist, in diesem Job werden insgesamt 50 Prozent, das heißt die Hälfte der Collectibles hier reserviert für Leute, die MCP Priority Bidding machen. Das heißt, so ungefähr 1600 Collectibles werden hier nur für die Leute sein, die im Prinzip Priority Bidding machen mit MCP und die andere Hälfte für die Leute, die kein Priority Bidding machen, sondern sich einfach nur auf die Warteliste setzen. Schauen wir uns doch jetzt aber nochmal die Animation hier zu diesem Collectible an, denn die ist, finde ich, meiner Meinung nach auch ziemlich entscheidend. Und dafür werde ich euch das Ganze hier nun einmal kurz einblenden. Wie schön erwähnt, das Ganze ist, wie gesagt, nicht der letzte Wolverine, den wir jetzt hier sehen werden, das ist nur einer von fünf. Ich finde eigentlich, das Gesicht ist an dieser Stelle besser gelungen auf jeden Fall als bei vielen anderen Collectibles, auch wenn es hier einiges an Kritik gibt. Nichts dazu trotz, ich werde persönlich auf jeden Fall diesen Job mitnehmen, weil wir es hier einfach mit der First Appearance auf Wolverine zu tun haben. Und dementsprechend der Charakter auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant ist und meiner Meinung nach auch relativ cool designt ist. Schaut mich gerne mal unten in die Kommentare, was ihr über diesen Job denkt und ob ihr den Job mitnehmt. Vivi Comics erhält eine neue Reihe von Comics und zwar nämlich von 20th Century. Diese werden nämlich jetzt auch ihre Alien Comics auf der Vivi App launchen und dementsprechend sind jetzt nicht nur Marvel, sondern auch Alien Comics auf der Vivi Comic App verfügbar. Und dementsprechend hier auch eine neue Comicsparte, sage ich jetzt mal, in eine andere Richtung, was auf jeden Fall ein Zeichen meiner Meinung nach dafür ist, dass wir hier natürlich auch noch weitere Comics sehen werden. Zum Beispiel aus der Star Wars Reihe, sowie wahrscheinlich auch aus der Disney-Sparte. Dementsprechend das Ganze wächst und gedeiht auf jeden Fall langsam, aber sicher. Und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass dieses dann halt auch darauf hindeutet, dass wir in Zukunft nicht nur was von Disney bzw. Marvel, Star Wars, etc. sehen, sondern hier auch wahrscheinlich Manga Comics in der Zukunft kommen könnten. Kommen wir zum Crafting-Event der Addiction Comics Hashtag 2. Und hier wird es nämlich eine sehr besondere Art geben des Craftens, denn insgesamt wird es 400 Comics geben, die hier gecraftet werden können. Insgesamt muss man von den Addiction Comics Hashtag 2 die Ankommen und auch die Ultray haben, um dann hier Covers zu craften. Und diese werden dann einmal eine Ultray und einmal eine Secretray sein. An dieser Stelle wird es insgesamt nur 250 Ultrayes geben und nur 150 Secretrares. Und der als erstes kommt, der wird hier tatsächlich dann auch als erstes dieses Collectible craften können. Das Ganze wird hier am Samstag um 17. deutscher Zeit stattfinden. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass dann in der Vivi-App hier etwas kommen wird zum Thema Craften oder auch im Bereich Craften. Das heißt, findet ihr dann dort auf jeden Fall weitere Informationen. Und so wie ich das jetzt hier auch verstehe, wird hier tatsächlich kein Collectible auch geburned. Wenn ihr das craftet, dementsprechend auf jeden Fall eine sehr coole Aktion. Wenn man hier die Ankommen wie auch Ultray hat, hier sehe ich im Prinzip ein Free-Cover zu minden. Wie gesagt, das sind einmal zwei Editions. Einmal die Secretray und einmal die Ultray. Für mich persönlich jetzt muss ich sagen, ist das wirklich gar nichts. Die Cover sind jetzt nicht sonderlich krass. Die Ultray ist im Prinzip die Secretray ein bisschen anders und die Secretray hier unten ist jetzt im Prinzip die Common. Aber ein bisschen anders designt, aber wirklich nicht viel. Hier zum Beispiel mit dem Vivi-Logo. Also meiner Meinung nach eine an sich coole Aktion. Man hätte nur hier einfach coolere Cover benutzen können. Denn so ist meiner Meinung nach nicht so krass der Anreiz da, hier wirklich daran auch teilzunehmen. Aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet und ob ihr hier den Craft mitmacht. Der Omi-Token ist weiter gefallen und jetzt tatsächlich auch unter dem Bereich, unter den er sich eigentlich hätte nicht bewegen sollen. Er es jetzt aber gemacht hat und dementsprechend hier auch tatsächlich momentan ja im Prinzip bei 0,0068 steht. Und nun tatsächlich auch die Ziele hier im unteren Bereich. Das heißt ein neues Blow potenziell kommen könnte. Wie gesagt, es ist ja alles nur hypothetisch. Aber für mich persönlich steht es eigentlich schon fast fest, dass wir hier dieses Level nochmal sehen werden. Und das Ganze sind jetzt von hier aus in etwa nochmal gute 20, vielleicht auch sogar 25 Prozent, die der Markt hier machen könnte. Das Ganze wie gesagt nur rein hypothetisch. Das ist meine Analyse, wie ich persönlich momentan vorgehe. Sollte der Markt kurzzeitig unten stehen, werde ich auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Aber das ist für mich persönlich dann auch das letzte Mal, dass ich hier insgesamt nachkaufe momentan. Einfach aus Liquiditätsgründen, aber für mich persönlich auf jeden Fall trotzdem nochmal nice zum Nachkaufen. Der eine oder andere würde natürlich sagen, hey, nicht so cool, der Omi-Token geht runter, irgendwie alles andere geht zwar hoch. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen und das ist auch meine Vermutung, dass das tatsächlich der allerletzte Push hier nach unten sein wird. Die absolute Kapitulation. Denn so viele haben jetzt gehofft, dass mit diesem Push nach oben es wirklich endlich nach oben geht und jetzt im Prinzip die komplette Hoffnung dahin geht. Und das ist häufig der Moment, wo man dann auf jeden Fall zuschlagen sollte. Das ist aber natürlich nur meine Vermutung. Ihr sollt natürlich nicht nach meinen Gefühlen oder auch nach meinen Strategien handeln. Handelt bitte eigenständig und auch verantwortungsvoll. Trefft eure eigenen Entscheidungen nicht aufgrund dessen, was ich hier sage. Das kann nämlich auch falsch sein und dementsprechend das auf jeden Fall zum Omi-Kurs aktuell. Und das waren jetzt auch schon die wichtigsten News zum Donnerstag. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig über einen Daumen nach oben von dir hier unter diesem Video freuen. Ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche euch da draußen auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und bis dahin. Euer Captain. Ciao, ciao.